Hallo, ich heiße Toni. Ich möchte euch heute die Geschichte von Mario und Mia erzählen. Es war so, eines Nachts, Mario und ich gingen durch die Straßen Rehms. Wir schauten hier und da und es war kalt. Wir überlegten, was wir als nächstes machen sollten. Dabei gingen wir gerade in Richtung Bahnhof. Sie meinte, dass sie Lust hatte, mit mir auf die Osterwiese zu gehen. Wir standen gerade vor einem Eisladen, als sich die Schießbude sah. Wir gingen darauf zu. Mario wollte aber nicht schießen, also gingen wir weiter bis zur Achterbahn hinunter. Wir setzten uns in einen Waggon und führten uns. Von oben sahen wir die ganze Stadt. Danach kamen wir uns immer näher und näher und dann küssen wir uns. Wir waren glücklich und es war Liebe.